Millionenfache Altersarmut, weil die Renten einfach zu niedrig sind. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, ich hatte es ja kürzlich in einem Video schon mal angedeutet, rund 7 Millionen Menschen in Deutschland, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, werden eine Rente erwarten in der Zukunft, die bei 1.300 Euro netto liegt, wenn möglicherweise sogar noch viel niedriger als 1.300 Euro. Die Ursachen sind bekannt, geringer Mindestlohn, Teilzeitarbeit, Mütter, die nach der Kindererziehung dann einfach keinen Job mehr finden oder nur noch in Teilzeit arbeiten und vieles andere mehr, geringe Löhne, geringe Gehälter und auch viele Lebensbrüche in den Versicherungsverläufen. Gerade in Ostdeutschland ist das ja ein Riesenthema. Ja, und jetzt teilt doch die deutsche Rentenversicherung mit, dass es doch alles gar nicht so ganz so schlimm ist, denn viele werden ja die Rente bis 1.300 Euro netto erreichen bei einem Brutto von 1.700 Euro. Ja, meine Damen und Herren, was ist denn da in den Köpfen der deutschen Rentenversicherung los? Das verstehe ich überhaupt nicht. Schreiben das Beamte so einen Unfug, den ich da lesen durfte? Oder wie kann ich den Artikel in dem Online-Magazin Ihre Vorsorge interpretieren? Also ich kann mir ja vor Lachen nicht mehr den Bauch halten, wenn man sich da hinstellt und sagt, dass es doch viel mehr sind als die 7 Millionen, die 1.300 Euro Rente erhalten. Also das ist für mich ein absoluter Witz. 1.300 Euro Rente nach 45 Jahren Arbeit ist eine Armutsrente. Das ist ein Schlag in das Gesicht, in die Gesichter der betroffenen Menschen. Und die deutsche Rentenversicherung stellt sich hin und tut so, als ob das nicht ganz so schlimm wäre. Also ich finde, meine Damen und Herren, ich finde, das ist schon sehr, sehr schlimm, sehr, sehr bitter. Und vor allen Dingen, wenn man sich im Vergleich dazu die Beamtenpension anguckt, die Leute, die auch als Beamte fleißig 45 Jahre arbeiten, kriegen fast das Dreifache mehr an Beamtenpension im Schnitt. Und da muss ich mir ganz ehrlich die Frage stellen, wo sind da die Realitäten in unserem Land und was müssten wir hier eigentlich machen? Übrigens nicht, dass Sie träumen, in Land Brandenburg, da wird ja bald gewählt, sind 260.000 Menschen davon betroffen, eine Rente von gerade mal 1.300 Euro netto monatlich zu erhalten. Damit, davon kann man in Deutschland, selbst in Brandenburg, selbst in Sachsen-Anhalt, da wo ich herkomme, in Halle, gar nicht mehr auskömmlich und in Würde leben. Ja, meine Damen und Herren, deshalb kann ich nur allen wärmstens ans Herz legen, denken Sie endlich mal über eine erwerbstätige Versicherung nach, wo alle Leute in die Rentenkasse einzahlen, Beamte, auch die Heeresführung der deutschen Rentenversicherung müsste da aus meiner Sicht mit einzahlen und selbstständige Politiker, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Nur so können wir einen Anfang schaffen, dass wir eine zukunftssichere Rente organisieren in unserem Land, die dann auch letzten Endes es wert ist, wirklich zu sagen, eine armutsfeste Rente auszuzahlen, wo auch unsere Jugend, meine Kinder ein Vertrauen haben, ein Urvertrauen haben, dass sie dann mit ihrer Händearbeit auch eine ordentliche Rente später mal bekommen werden. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zu diesem Thema. Näheres zum Thema 1.300 Euro Netto-Rente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Lesen Sie bitte mal meinen Artikel nach über die Monatsrente im Mindestlohn nach 45 Jahren Arbeit bei 15 Euro Mindestlohn. Da werden Sie sich staunen, was dabei rauskommt. Ciao!